Nuffingham Forest, ja, ein Spiel, wo ich sagen muss, das wird seit langem wieder ein Spiel dafür, unsere Reserve. Warum, kann ich euch auch sagen eigentlich, denn ein bisschen schonen jetzt, wo es in so einer heißen Phase gegen Manchester United geklappt hat, möchte man sie nicht jetzt ausbauen lassen, unsere Pulten, sondern ruhig einmal den Rest des Teams sich wieder anschauen. Außerdem, ich muss schon wieder verdient hier zu spielen. Unter anderem, Schmidt, oder ein Ferreira. Paul von Sperreira. Das ist okay. Oh mein Gott, so ein Brutkut bringt Nuffingham Forest hier im Kabao Cup in Front. Katanga ist vorbei beim ersten. Oh mein Gott. 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 da weiß man jetzt in der bürmer legt es aus er merkt er war super dabei das war genau seine stärke in dieser liga nach seiner verletzung er ist einfach nicht der alte gewesen ist einfach so kann man sagen was auf wien nach seiner langen verletzung ist er nicht mehr in fahrt gekommen das ist eine stammposition nie zurückgekämpfen können rammaritz rammaritz Und wieder eine gute Chance von Nothing, Herr Forrest. Viertelfinale, es ist bitter, nach dem Erfolg über Liverpool hier schon den ganz Zweitligisten auszuscheinen. Hat Hanga auf die Stange. Viertelfinale. 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 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Sie treffen sich hier in diesen Spielen und das hat etwas, was mir gar nicht gefällt. Nächste Riesenschau ist Nothingham Faust. Nein, aber Gott sei Dank ungenützt. Und Kai, gerade er. 1, 1. Naikai mit dem Ausgleich. Die Entscheidung muss fallen heute hier in Exeter. Kai ist Novan. In der regulären Spielzeit, in der Verlängerung oder wie schon gegen Liverpool, erst in der Nachspielzeit. Das ist nochmal stets 1, 1. Das ist nochmal stets. Das ist nochmal stets. Schmitz! Schmitz! Zwei, eins! Und der hat sich verdient hier auch wieder mal die Jungen. Aber das ist wohl für ihn ein besonderer Moment. Hans Schmidt! Und bringt seine Beuys für eine ex-Hetta Beuys empfehlen. Wo war es? Oh mein Gott, Spurken! Oh mein Gott! 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 6. Dezember das Spiel gegen den FC Arsenal und das ist Okara. Das ist Bowen. Und da ist Okara durch. 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 Und da ist Okara durch.